Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Taschenträger aus Stoff nähen könnt. So ein Träger kommt zum Beispiel hier bei diesem Patchworkshopper zum Einsatz. Oder hier bei diesem Fransentäschlein. Diese und weitere schöne Taschen findet ihr in meinem Nähbuch Taschenlieblinge selber nähen. So zum Beispiel auch dieses kleine Schmucktäschlein. Oder diese praktische Tablettasche. Oder auch diesen geräumigen Weekender zum Verreisen. Für meinen Taschenträger habe ich hier schon einmal einen Stoffstreifen vorbereitet. Verwendet für den Zuschnitt am besten einen Rollschneider zusammen mit einem Patchworklineal und einer Schneidematte. Damit euer Taschenträger später schön fest und stabil ist, solltet ihr den Streifen in der Richtung des Stoffes zuschneiden, in der er am wenigsten dehnbar ist. Der zugeschnittene Stoffstreifen wird nun zuerst gebügelt. Und zwar zunächst einmal mittig und ebenso werden die Nahtzugaben an beiden Kanten, hier in diesem Fall 1 cm, umgebügelt. Anschließend wird der Streifen wieder zusammengeklappt, sodass die Kanten hier bündig liegen und noch einmal übergebügelt. Nun können wir die Kanten noch mit Nadeln oder Klammern zusammenstecken und absteppen. Je nach Belieben könnt ihr die Kante schmal oder etwas breiter, zum Beispiel 5 mm, absteppen. Ebenso steppen wir auch die zweite Kante ab. So sieht nun der fertige Träger aus, den ihr zum Beispiel an euren Schopper annähen könnt. Und nun habe ich für euch noch zwei Tipps und zwar für schwierige Materialien und wie ihr Stoffe für die Taschenträger verstärken könnt. Beschichtete Stoffe wie zum Beispiel Kunstleder oder Wachstuch, die schlecht zu bügeln sind, könnt ihr stattdessen wunderbar mit beidseitigem Klebeband oder Textilkleber fixieren. Sehr dünne beziehungsweise dehnbare Stoffe solltet ihr unbedingt mit Bügeleinlage verstärken. Für breite Taschenträger eignet sich beispielsweise diese spezielle Bundeinlage. Die Perforierungen in der Einlage sorgen dafür, dass ihr den Stoff wunderbar umbügeln könnt. Aus so einem vorgenähten Taschenträger könnt ihr übrigens auch prima einen Taschengriff oder einen verstellbaren Trageriemen nähen. Wie das geht, könnt ihr euch in diesem weiteren Nähvideo anschauen. Die Anleitungen für die passenden Taschen dazu findet ihr natürlich in meinem Nähbuch. So zum Beispiel für diese lässige Retro-Back oder die Falten-Hobo-Back oder auch für diese stylische Gürteltasche. Viele weitere Nähvideos und tolle Tutorials findet ihr hier in meinem YouTube-Kanal. Mit einem Klick könnt ihr ihn ganz einfach abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!